Ja, und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Medal of Honor Let's Play Dingen. Gucken eben den Typ hier noch beim Kistetragen zu und hinstellen. Was vergraben die da bitte schön? Keine Ahnung. Und es geht auch weiter mit der Mission, und zwar mit dieser Mission Wolfsrudel. Jo. Ja. Weiter geht's. Infiltrieren sie die zerklüfteten Berge des Shahi-Kot-Tals. Ja, das kann man ja gut lesen. Wow. Mann, hat man viel Zeit. Können wir loslegen? Legen wir los. Laut Tariq dürfte uns in Mentawa nichts passieren, aber die Taliban besetzen die Hügel. Na dann. Wir müssen nach Clementap. Die Ruf ist auf unserem GPS. Das Gelände vor uns ist. ziemlich verrückt, also haltet die Augen offen. Falls euch irgendwas komisch vorkommt, will ich es wissen. Roger. Roger. Noch Fragen, Gentleman? Okay. Rock'n'Roll. Vegas und ich schieren südlich des Wadi aus. Roger. Wir sehen uns dann drüben. Alles Gute, Jungs. Wir gehen nach links. Das war die Düfte und Steckung. Äh. Nein, will ich nicht gucken. Tempo halten, Jungs. Immer schön gleichmäßig. Katsch. Power slide. Ich komme auch so hier durch. Ich brauche keinen Power slide. Mhm. Hey. Und ab geht's. Yippie. Leise und Lichter aus. Ähm. Das Quad bleibt sofort. Stehen. Scheiß drauf. Okay, geben wir Gas. Ah, Stein. Baum. Ah. Ja. Oh mein Gott. Was passiert denn hier? Okay. Redet der mit mir? Na, ich glaube nicht. Uiuiui. Und das Quad geht auch nicht kaputt? Oder ATV? Wie sie es nennen wollen, wie auch immer. Ja. Natürlich gibt es hier auch nur diese eine einzige Route. Ah. Okay, leise jetzt. Lichter aus. Schon wieder. Okay. Ähm. Ja. Was habe ich denn hier für eine Waffe? Wir stehen genau vor dem Mondfeld. Sobald Sie die Anlage sehen, geben Sie uns Deckung. Wir müssen über die Mauer. Eine MP7. Schnell. Die Trucks waren ziemlich in Eile. Suchen Sie Panther und Vegas. In der Nähe der Mauer. Da. Vorwärts. Ich habe eine M4 mit Schallämpfer. Das, die wir haben in G7-Tor. Dius, den Turm checken. Den Turm checken, ja. Soll ich den Typ da ausschalten? Keine Ahnung. Panther, Vegas. Sie können loslegen. Okay, das sollte ich wohl machen. Verwärts. Sie. Suchen wir uns einen Weg in die Anlage. Mir nach. Ja. Okay. Ach ja, der kann aus dem Stand da. Ja. Ja. Genau. Ähm. Folge Dusty. Ja. Und zwar wohin? Ach, der ist schon da. Ja, dann sag das doch. Woher soll ich das denn wissen, dass du schon wieder weg bist? Die sagen noch nichts. Die gehen einfach. Die gehen einfach. So. Keine Gegner. Doch. Okay, gut. Gut gesichert. Geräuschdisziplin. Oh, wo rennt der denn schon wieder hin jetzt? Okay. Ich gehe das Gebäude links. Ich gehe nach rechts. Die, behalten Sie den Hof im Auge. Ans Fenster mit Ihnen. Vorsicht, wir haben jemanden in dem Turm. Behalten Sie ihn aus. Schnell und leise. Schnell. Ähm, ja. Der hat das natürlich nicht gesehen. Okay. Natürlich nicht. Sind sie alle verreckt. Oh, jetzt kommen die Gegner hier alle an. War doch klar. War klar. Ja, gesichert komme ich jetzt hier auch raus. Ich will hier vielleicht raus. Ja, ist das teuernd war auf oder wie? Ach, Leute. Die sagen doch gar nicht Bescheid. So. So. Da erkennt ihr jetzt was drauf, oder wie? Aha. Das will ich sehen. Hm. Ja, genau das. Er will unsere Jungs am Boden. Er sollte den Jungs am Boden zuhören. Es heißt, findet und tötet die bösen Jungs. Das funktioniert andersrum nicht. Halten Sie ihn hin? Ja. Äh, was leuchtet denn hier so hell? Natürlich sind wir deswegen hier. Ja, schnappt uns was auch immer. Okay. Ja. Ich komme natürlich ja nicht hoch. Wo gehen wir rum? Ach, wir müssen jetzt hier alles zurück. Ja, ja. Ich komme ja schon. Hm, hm. Lass mich durch. Ja. Gut. Keine Gegner? Okay. Ähm. Hier sind wir reingekommen. Nein. Die Quatsch standen doch eben ganz woanders, oder? Hm. Komisch. Egal. Licht an und weiter geht's. Durch diese engen Straßen. Och, ja. Das geht kaputt, bevor der durchfährt. Ja, zum Glück. Und zum Glück kann ich fahren und du nicht. Oh. Ganz scharf. Ein bisschen fahren und ein bisschen fahren. Und ein bisschen fahren. Okay, kleine Unterbrechung, aber es geht auch, oh mein Gott, direkt vorm Stein weiter. So. Oh mein Gott, es geht ziemlich weit runter. Und dann wollen wir doch mal... Na, dann wollen wir doch mal... Boah. Hilfe. Mit so weit runter habe ich nicht gerechnet, aber... Er musste auf mich warten, so lange habe ich gebraucht. Naja, egal. Ähm, da ist ein Dorf. Müssen wir da hin? Keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht Gas geben. Ähm, Barrett. Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Ja, wo? Was, 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 was? Ich habe nichts mitgekriegt, wo ich hinziehen soll. Ich habe die Windentfängerung nicht mitgekriegt, verdammte Scheiße. Langsam D. Töten, nicht rumballern. Ja. Tut mir leid. Wir haben noch ein Ziel. Es bewegt sich. Pumpen Sie in Vollblei. Ich habe aber nicht mitgekriegt, wo es... Wo der Wind hergeht, verdammt. Ist hier nicht irgendwo ein Baum oder so? Irgendeine Flagge. Äh. Keine Ahnung, man. Was? Ich habe den doch getroffen? Haben Sie nicht. Ja, 11 Uhr. Toll. Wo? Auf Wärmebild. Dann sehen Sie seine Füße. Aha. Ja, und jetzt? Ganz ruhig die. Durchatmen. Gute Arbeit. Okay. Hm. Ja. Scheiße. Auf dem Turm, der Kerl ist verdammt schnell. Roger, ich sehe ihn. Er weiß das, was nicht stimmt. Deuce den Turm. Die Tür ist verdammt schnell. Ich merke es. Bye bye. Der ist tot. Jo. Oh, das ist ja echt ein Barrett. Mit Schalldämpfer. WD, packen Sie ein. Wir haben die Trucks gesichert. Ja. Deuce, gehen wir. Genau. Dann aktivieren den Mensch aber auf die Stoß. Okay. Sie machen wohl im Boxenstopp. Trucks mit Infrarotsendern markieren und vorrücken nach Clementine. Ach gut. Wenn Sie gesehen werden, wird es heftig per Herde. Ähm, wir werden aber nicht gesehen. Dann warten Sie, solange es geht Funkstelle. Wir wollen die Mission nicht gefährden. Au. Verstanden. Die, halt. Ab hier gehen wir zu Fuß. Ja. Machen wir. Halt. 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 Kurz aus. Egal. Ähm. Wohin? Ja, hä? Was soll ich machen? Begebt dich zu Manager. Ja, hab ich doch. Hä? Ach hier. Okay. Suche im Dorf nach LKWs. Wir werden sowieso gesehen, von daher... Moment. Da ist ein Truck und mehrere Reds Siele. Rücken wir vor. Ähm. Nichts überstürzendius. Ja, okay. Warten, bis Sie sich aufteilen. Äh, Sie haben mich nicht gesehen. Blind. Eigentlich hab ich jetzt Lust, da einfach reinzuballern, ne? Hm. Ja, ach, wie satt. Ich wollte schon sagen. Alles klar. Verdammt, komm rein. Oh Gott! Wie schnell ging das? Ja. Da die Zeit jetzt auch... Okay, es wird noch nicht knapp, aber... ...bald zu Ende ist. Und hier gerade halt Speicherpunkt war. Mach ich jetzt hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn's weitergeht, mit der Suche nach den Trucks. Bis dann. Wenn es kommen. Dann понимаю...